kurzes video nicht wundern wie gesagt mir in der grafik ist so ein neues display kommt in wenigen tagen und zwar am 20 juni in den wenigen tagen statt kommt quest team wammel ist hier gerade herunter dauert nur 14 minuten können aber noch nicht spielen denn doch kurz mal was das steht in vier tagen ist das ganze spielbar für tage noch dann geht es so los ich habe mir das bier vorbestellt wie ihr wisst deswegen habe ich mir auch gerade herunter und wissen und möchte dabei auch wenn ich diesen download sieht noch über die wie es nun weitergehen wird weitergehen wird es nun dass ich ganz normal weitermachen also aber wieder unregelmäßig also unregelmäßig heißt wenn ich bock habe und so auch live streams mäßig zelda habe ich geplant wird nur noch in let's play folgen weil es ruckelt es ruckelt komplett mal gerade so sagt nein streamen ist damit nicht möglich deswegen tja ähm question rumble kommt raus disney speedstorm kommt ein neues season ja bald oder doch ist gestartet fortnite wird weitergehen ganz normal und ja deswegen ja nur so als kurze rand info ansonsten weiteres b mario kart da waren viele auf den dlc dann kommt dann noch ein weiterer dlc kommt ja noch raus was er ende der woche kommt wurde gesagt weitergehen kommen bald wann bald wissen wir nicht aber dazu habe ich ein infovideos ja schon gemacht dazu und ja ich sage das jetzt runter dann geht es am 20 juni beziehungsweise am wochenende dann zu am nächsten wochenende geht es dann zu los weil unter der woche habe ich kaum bock zu spielen ja deswegen ja wie gesagt 39 minuten ist es fertig ich würde sagen ich finde hier kurz dieses update video bald geht es weiter und wir sehen uns bald wieder wenn es bald weiter geht also euer crazy smith sagt nun 800 info im platin to fan werde ich weiterhin fahren und platin to fan videos kommen auch noch also man sieht sich demnächst also oder bald also tschüss